Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Alien Colonial Marines. Wir sind auf dem Planeten gestrandet, weil beide Raumschiffe in die Luft geflogen sind und haben hier einige neue Alien-Rassen und müssen uns gerade durch die Kalkulation schleichen. Hey! Ich bin am Aufzug. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Irgendwo in der Nähe. Und ich vermute, dass wir mit einem Alien in uns drin am Rumrennen sind, weil wir da irgendwo am Hängen waren. Wir sind irgendwo freien konnten und, naja, ihr kennt das ja. Sieht nicht gut aus. Das Spiel endet bestimmt und wir sind irgendwo unterwegs und bam. Kein Happy End. Äh, du Scheiße. Ja, da hab ich ein Problem. Ich hätte gerade die Tür versiegeln müssen. Das heißt, ich muss bestellen und drehen. Ah! Da war ich schon auf dem Weg zur nächsten Tür. Das heißt, direkt die erste Tür versiegeln wieder. Und so weiter. Flucht vor diesen, ja, Größe eines Mutter-Aliens hat's noch nicht. Es dreift an! Es dreift an! Versiegle die Tür hinter dir! Versiegle alle Türen! 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 Okay, jetzt ist es bei der nächsten Tür angelangt. Wo geht es hier lang? Da hat nicht viel zu bringen. Es ist hoch. Ja man! Action! Jetzt haben wir als Zweitwaffe eine Shoddy, okay. Sollte ich den Flappenwerfer aufbewahren für sie, falls das Teamer kommt gleich. Bella und Reed sind wir am suchen, okay. Beim Foto. Was? Wo? Okay, wir müssen da hinten zur Oberfläche rüber. Die Frage ist, ob ich hier durch muss, schnell, oder ob ich immer weiter erstmal töten kann und wir haben gleich Ruhe. Vielleicht wacht sich einfach mal ab, wenn wir kommen. Aber er geht weiter, ne? Hm, das ist nicht gut. Ich bin jetzt auch mit Ruhe. Ich bin jetzt nicht zu tun. Sehr gut. Warum wird sie da lang? Das heißt, da ist ein anderer Weg. Aber wir haben eine zweite Schütze und das ist schon mal sehr gut. Damit haben wir etwas mehr Feuerkraft. Ich hoffe, dass die zwei die down kriegen hier, ohne dass ich zu viel schießen muss. Aber die kriegen die nicht down, die sind zu doof. Hey. Und der nächste. Äh, hallo? Wieso kommen die nicht? Was ist jetzt passiert? Oh, es bewegt deinen Hintern. So, Reed ist da hinten. Aber es passiert nichts, wenn ich hier rübergehe. Danke. Was zum... Wir haben Gesellschaft! Schön näher kommen sie hier. Dann habe ich mehr Schaden bei meiner Waffe. Oh, kommst du denn her. Hast du überlebt. Dank dir zwei. Aber es war so viel Spaß. Danke. Ich weiß gar nicht was. Kein Marine bleibt zurück. Das wissen Sie da. Oh, ja. Ich war fast. Ich bin fast draufgegangen. Dann können wir einfach da hoch springen. Nee, können wir nicht. Schützen Sie, Ried werden die Verbindung herstellt. Okay. Verteidigungsmodus. Los, O'Neal. Rape sie alle ab. Ein, drei. Bam, bam. Haber, haber, haber. Der Arm stirbt. Ja, das ist gut, dass ich hier oben auch noch mit schieße. Wir haben ja eigentlich eine recht gute Verteidigung. Ach, lass dir Zeit. Wir haben genügend Money. Oh, die ist gar nicht so schlecht, die neue Knarre. Da ist unendlich Money drin. Okay, aber wir sollten mal... Ups, besser die Schotty nehmen. Ah, jetzt müsst ihr da das genau dasselbe machen. An vier Stellen. Ich hoffe nicht. Oh, oh. Ich höre da was Großes. Und mein Hetz... Äh, mein Hetz ist ganz gut an den Klieren. Oh, das ist... Kann ich den überhaupt irgendwie töten? Ich glaube, eher nicht. Mach's schon, O'Neill. Wir müssen zur Zentrale. Aye, Sir. Walter Winter. Oder ich schwöre, ich lass dich hier. Ach, komm. Also wohl eher, ich lass dich hier. Du lahm Arsch. Bin direkt hinter dir. Geh schon. Komm, Steh, steh auf. Ich brauche deine Muni. Ich brauche deine Muni. Dann bringt das natürlich rein gar nichts. Das sieht fast danach aus. Komm, O'Neill. Nix wie weg hier. Einfach durch da. Ey, da ist noch eine dicke Panzerung. Die nehmen wir mit. Wo ist er? Oder hätte ich da lang gemusst? Sammeln. Nö. Die sind hier schon richtig, glaube ich. Geht aber nicht auf. Ah, hier lang. Bar and Grill. Gehen wir mal nicht rein. Schade. Was? Der da ganz hinten noch? Echt? Immer noch kein Zeichen von Bella oder Reed. Weiter, Babyface. Babyface. Nenn mich nicht so. Ich bin Super Maureen Winter. Also echt. Babyface. 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 Ich bin super Maureen Winter. Knallhart, was? Ein illegaler Bypass des Funkturms mit meinen eigenen Händen. Alles okay? Ja. Aber wenn das nochmal geschieht, erschießen sie mich. Das ist ein Befehl. Ich erwarte das Gleiche. Wenn es soweit ist, erschießen sie mich. Niemand erschießt hier irgendwen, Bella. Hier unten ist lauter Zoll von Waylet. Irgendwie müssten wir das Ding aus dir rausschneiden können. Ich spüre, wie es sich in mir bewegt. Was ist das? Aufgepasst. Seht auf euer Radar. Lachen, Mannir! Können wir da mit hoch? Ach, wir können da gar nicht mit hoch. Ich muss unten bleiben und ihr schießt von oben. Ja, das ist ja nicht. Toll. Tatsache, ich muss echt alleine hier unten köpfen, während die anderen oben sind. Werde irgendwo nicht sein. Wollen wir jetzt mal in die Panzerrohrung. Ah! Smash-Budding! Los, weg mit dir! Ja, so ein Alien ist ja gar nicht stark. Das hauen wir einfach mal so weg. Ah, ist das halt ein Shooter. So, runter da. Und das Vieh kommt jetzt da raus. Na toll. Vielleicht. Vielleicht. Kontakt! Alle mal schießen! Lachen, Mannir! Also, das kapiere ich hier nicht mit dem... Das ist ganz komisch. Waffenwechsel. Uah! Ja. Ich versuche irgendwie die andere Waffe reinzukriegen. Irgendwie klappt das doch. Ich kapiere nicht, woran das liegt. Die will ich haben. Die hier will ich nicht mehr haben. Und das hätte wohl definitiv die hier, die ich nicht haben will. Dankeschön. Lagebericht! Hallo, okay? Roger, alles in Ordnung. Gar nichts in Ordnung. Ja! Mir geht's gut. Moment! Wo ist O'Neal? Was ist mit ihm passiert? Oh Gott! Sein Signal folgt dem Ding! Haben wir alle genug Munition? Dann hinterher! Stopp! Stopp! Wenn wir O'Neal folgen, können wir alle sterben! Das ist nicht ihr Ernst! Denken Sie darüber nach, Bella! Der hat sich gerade gerettet! Das ist zu riskant! Als ranghöchster Officer habe ich das Sagen. Das Sagen? Nur wegen ihm haben wir sie gefunden! Reed, wir gehen. Ob Sie mitkommen oder nicht. Kein Marine bleibt zurück. Verklagen Sie uns, wenn Sie wollen. Los, Leute! So sieht's aus. Wenn wir genau aufgehen, ist das ihre Schuld. Dann los! Dann ist es auch nicht mehr, das ist total schwuppelig. Wenn wir draufgegangen sind, war's das! Ihre Schuld. Alle in Bereitschaft. Verdammte Scheiße. Wir hätten im Hangar bleiben sollen. Niemand hält sie davon, zurück zu gehen. Aufgepasst. Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Konzentration. Weiter draufhalten. Verdammte Scheiße. Verstanden. Alle zurückziehen. Zurück ging nicht und dann rennen die nach vorne. Also echt. Das heißt, ich kann die gar nicht töten momentan. Genau wie bei den Führern, die ich verschließen musste. Verdammte Scheiße. Wir hätten im Hangar bleiben sollen. Niemand hält sie davon ab, zurück zu gehen. Aufgepasst. Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Konzentration. Weiter draufhalten. Also, wir müssen direkt hier rein. Achte ich gar nicht auf denen. Oh, das ist wirklich. Wo muss ich jetzt hin? Da, bestimmt lang. Ups. He he. All fit. Au, das hat fehlgetan. Voll. Gosh, gosh, gosh. Das waren zu viele. Ich meine, ich war ganz vorne. Aber ich glaube, wenn ich auch hinten wäre, wären die trotzdem alle auf mich gegangen. Können wir das ja mal versuchen. Dann scheinbar müssen wir uns da nicht mehr beeilen. Bereitschaft. Oh, ne. Echt? Jetzt nochmal da hinrennen. In den Hangar bleiben sollen. Niemand hält sie davon ab, zurück zu gehen. Aufgepasst. Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Konzentration. Weicher draufhalten. Verdammte Scheiße. Verstanden. Alle zurückziehen. So, und das hat schon als Rückzug gereicht. Obwohl der einfach hier drüber hopsen könnte. Oh, okay. Scheint es nur auf mich wieder abgesehen zu haben. Fällt mir gar nicht. Komm, lach nach, lach nach. Egal, weg hier. Verdammt. Okay, wir müssen zum Tor laufen. Ernsthaft? Wir wissen nicht mal, ob er noch lebt. Alle mir nach. Verstanden? Er kommt weiter. Schießen macht ihn nur wütend. Lauft. Können wir hier durch? Ja. Sehr schön. Wo ist das verdammte Tor? Da hinten. Powerbots. Let's get ready to rumble. Oh, es stirbt. Okay, wir haben hier irgendwo richtig Schaden gerade gemacht. Okay. Wir haben hier irgendwo richtig Schaden gerade gemacht. Wir müssen ja noch einen hauen. Los. Habt ihr das Misty? Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, es war einfach immer weiter draufhauen. Ich wollte Befehle geben und dich zurücklassen. Beruhigt euch alle. Ich hatte Angst. Ich bin nur Pilotin, aber als Lieutenant musste ich eine Entscheidung treffen. Kein Marine bleibt zurück. Da zählt kein Rang. Können wir das verschieben? Bella, wir können nicht mehrere Leben riskieren, um eins zu retten. Wir wissen, was sie durchmachen. Aber wir können niemandem vertrauen, der in ein paar Stunden stirbt. Wie können sie es wagen? Eigentlich wollte ich die letzte Kugel für mich selbst. Wow! Schon gut! Schon gut! Wir sind okay! Bella! Bella, nimm die Waffe runter! Nimm sie runter! Sie haben gerade eine Waffe auf einen Vorgesetzten gerichtet. Vorhin hieß es noch, Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen, wenn es so weit ist. Das reicht! Lass! Gehen wir zurück zur Zentrale! Verdammt, ihr beiden! So, Leco Actual, hier ist 3-3. Wir haben ein paar Marines gefunden und den Funkton zum Laufen gebracht. Wir sind auf dem Rückweg. Wir sind ganz schön mitgenommen. Mission Ende? Ja, es sind außergewöhnliche Umstände. Ich habe seit gestern 300 meiner Leute verloren. Also glauben Sie mir, ich kann das nachfühlen. Reed, Bella, lassen Sie den Unsinn und machen Sie einfach weiter. Bitte um Erlaubnis. Genau, Sir. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und das wissen Sie. Basta. Sie beide, vorne und Mitte. Die zwei wollen also mal ein Ja-Wort zu dieser Kamikaze-Mission ins Herz von Weyland-Yutani, um dieses Ding aus ihrem Brustkorb zu holen. Es fehlen ohnehin schon zu viele Kräfte bei all den vermissten Marines. Sir, wenn Sie nur zuhören... ...autorisiert. Unter einer Bedingung. Sir? Dort gibt es ein Register über das gesamte Personal. Bringt es mir und ich werde es tun. Ja, Sir. Danke, Sir. Da sind ein paar Kettenfahrzeuge von Hadley. Nehmt eins und kommt lebendig zurück. Ihr alle. Bitte um Erlaubnis an der Mission teilzunehmen, Sir. Nein. Ich möchte mit. Und ich brauche eine lebendige Pilotin, um hunderte von Marines von diesem Planeten zu bekommen. Darüber diskutieren wir nicht. Sie sind uns nichts schuldig. Bringen Sie bloß alle hier raus, damit wir Weyuu vernichten können. Bleiben Sie einfach aus dem Weg. Warum wollen wir hier ein Register haben von denen, die hier im Leben sind? Hm. Wird vielleicht noch geklärt. Bis demnächst. Euer Chojin.